Was? Kriegst Glück auf, ja? Ich hab das Gefühl, das wird weniger. Gina, gestorben. Du kannst immer mal neu anfangen. Mal schauen, wenn wir die Stunde knacken. Sobald du merkst, es wird weniger, einfach nur gestorben. Aber sag's nicht dreimal hintereinander, ey. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich will gleich wieder rausgehen, Karin. Also ich bin ja kein Arzt, denn. Aber ich glaub, das ist nicht gut. Dein Lassgetriebe geht doch kaputt. Ich will nicht mehr freuen, wenn du dafür den ganzen Tag weinen. Peres, Peres, sag mal gestorben. Das sind kleine Taugen. Das ist einfach... Als Frau stirbt man einmal in den Cutters und dann passiert sowas. Ja, also... Das braucht kein PSS-Spielen. Außerdem, er hat gerade stirbt gesagt, Gina. Also ich mach mir ja Sorgen. Gell, atme dir auf den Bug. Scheiße, hör auf. Ich muss auch lachen. Was? Nein, lachen ist nicht ansteckend. Lachen. 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 Ja. Lachen. Sag mal... Akkina. Nie. Sagt man selber gestorben? Das muss auf jeden Fall was Gutes gewesen sein Jetzt provozier deine du will dich Was machst du mir das? 10 Stunden Dauerlachen Ja, mach ich Kille Kille Wurru Oh ist das heiss Vielleicht hat das Lachen auch gar nichts mit uns zu tun Ich sag ja, die hatten Spiegel vor sich Da kommt alles hoch in 5 Jahren, wenn ich rauskam Fertig mit dem Studium, jetzt macht sie sich lustig Fertig mit dem Studium Ich denke es ist echt blöd Alles nur abgeschrieben, alles nur Betrug Lug und Betrug Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die auf dem Stuhl hängt Liegt schon längst auf dem Boden Ja genau, als hättest du denn auf dem Ohr und liegt auf dem Boden Und grüppst dich, weil der Bauch schon weh tut Das stimmt, nach ner Zeit tut aber auch weh Ja genau, sie kitzelt sich selbst Ja genau, sie kitzelt sich selbst So kitzelt sich das Erstmal ernsthaft Jetzt, jetzt hier mal Ruhe Aus China beruhig dich, beruhig dich Versuch Versuch dich zu beruhigen Was sind denn, was sind denn Themen, die die Menschen reden über die neue Steuerform Hey Robin, hast du auch, äh, recorded? Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Ja Oh jetzt ist es ruhig Hast du auch die Zähne? Hast du das Mikro ausgeschaltet? Neee Doch, aber es ist ruhig Die Zähne nicht, weil ich da am Leben war Schön Okay, schade Aber nicht sein, nee, das, mit dem Atmen macht uns wieder verrückt, das bringt nichts Gestorben Oh je, das wird nie was Wie lang, wobei sind wir jetzt? Drei, Viertelstunde Oh, ihr Mikro aus Jetzt ist er vom Stuhl gefallen China, lebst du noch? Time out, jetzt kommt Time out Und sie schnappt es nicht Ey, bis dahin hab ich das Video hochgeladen